Hallo, ich bin Anne Wiltovsky, mir zur Seite steht Janna. Janna ist eine Holstein-Kreuzung, zehn Jahre alt. Wir beiden arbeiten und leben zusammen. 2008, damals noch in der Schweiz, hatte ich die Idee eine Kuhschule zu gründen, zur Ausbildung von Reit- und Zugrindern, weil ich mich in eine ganze Gruppe Schlachtkälber verliebt hatte. Und seitdem mache ich das. Ich lerne Rinder an. Und der Schwerpunkt meiner Arbeit hat sich allerdings inzwischen verlagert. Und ich bin dazu übergegangen, weniger Tiere selbst anzulernen und mehr anderen dabei zu helfen, ihre eigenen Tiere anzulernen. Denn Rinder gehen so enge, schöne Beziehungen ein zu Menschen, der mit ihnen arbeitet, dass es ganz toll ist, sich das Tier, mit dem man lebt, selbst auszubilden. Und dabei bin ich behilflich. Ich zeige euch zunächst einige Fotos aus den vergangenen Jahren, um einen Überblick zu geben, was ich so mit Rindern mache und gemacht habe. Und dann gebe ich einen Blick in meinen Alltag mit Janna. Und da habe ich bewusst die kleinen und einfachen Arbeiten ausgewählt. Denn ich freue mich jeden Tag darüber, mit wie einfachen Mitteln und wie leise und schön ich mit ihr zusammenarbeiten kann. Sodass Tätigkeiten, die mir ansonsten überhaupt keine Freude machen würden, was Schönes werden. Und am tollsten finde ich dabei, wie gut Janna warten kann. Das ist richtig nett. Viel Spaß dabei! Viel Spaß dabei! Komm her, rein, rein, ja, rein, warte. Hi. Ja, siehst du, dass es fertig ist? Nein. Komm! 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 Zurück! 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 Fein! Ja, fein! 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 Komm, steht! Ruit've! Wollt du? Alltså... Die sind die der Grappe. Die suited N- Die Smauno ist neuig. L зам Island Rinder sind großartige Tiere und meine Motivation ist, dass ich in ihrer Ausbildung so gut werden möchte, wie ich finde, dass sie es verdienen. Ja, das wäre toll. Ja, das wäre toll.